ich möchte gar nicht wissen was da noch alles kommt ja also das ist nicht einfach ist definitiv einfach so was kann man nicht wo ist die karriere genau das motorräder da wir wollen sieben von acht haben war das immer so ewig laden ja das auch eins verdeckt aber absolvieren okay alles klar dann kriegen wir das erst rabbit aber das werde ich nicht machen wenn wir noch so viele sachen in dem spiel der man hier machen kann so wie ich das sagen wie ich das sehe wettkämpfer ein spieler das haben wir hier verbleibende zeit 355 eine stunde 39 auf ewig verloren ich weiß nicht was haben wir denn hier wollen wir mal reingucken glaubt das wird eine neue folge gespannt was das jetzt hier ist jao 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 Nein, 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 ich weiß, welche beschissene Dings das sind. Das habe ich mit einem Quad gemacht. Das ist das Ganze am Anfang. Das Moped, das kommt immer da dran. Ja, mit dem Hinterrad und dann springt der jedes Mal ab. Ich weiß nicht, was das soll, ob der Junge doof ist. Ja, das meine ich. Ich habe auch keine Chance mit dem Quad gegen das, aber... Ja, das ist Dranspringen, das ist total dumm. Das ist total dumm. Nein. Nein. Ja. Keine Chance, keine Chance. Ich versuche es jetzt noch einmal. Aber mit dem Motorrad ist das einfach unmöglich. Ja, direkt mit dem zweiten Anlauf, das schaffe ich es. Eigentlich wollte ich erst ein bisschen... So, jetzt kommt die Stelle wieder. Okay. Nein, nein, nein. Nix, nix. Stopp. Ende aus. Mit dem Motorrad. Funktioniert das nichts. Wir nehmen jetzt, ja. Wo ist denn das Quad hier? So. Mit dem Quad funktioniert das. Die hat das Gewicht, was das Motorrad nicht hat. So, direkt hier, ne? Wo hast du da... Wo hast du mehr Gewalt mit so Quatsch? Und mehr Power. Ja, oh. Oh. Oh, nein. So, pass auf, gleich mit dem Quad jetzt. Das Ding hat so viel... Guck mal, wie weit wir kommen mit dem scheißbescheuerten Quad. Ne, und dann? Hast du dieses beschissene Motorrad? Oh. Oh, jei, jei. Komm schon. Und, jawoll. Nein. Nein, der Pau. Alter, du Stösel. Ich wollte nicht, dass auf der anderen Seite runter springt mit Volker Racho, aber ich glaube, das ist eher Auslegungssache. Weiter. Drücken wir auf A, Ziel. Äh, Fehler, verbleibende Zeit, Fehler 2. Achso, okay, dann machen wir erstmal weiter. Ich kann gar nicht nach hinten gucken. Ja, okay. Nehmen wir mal wieder den Buggy. Ich weiß nicht, was das jetzt ist hier, weil, ja, Karriere kann ich jetzt erstmal, kann ich erstmal kritik in. Ich gucke jetzt erstmal, was das für Wettkämpfe hier sind. Ah, okay, wir haben so... Ah. es ist das motorrad mal da drüben wie soll ich verwitzen das gibt es nicht alter und ich sitze nein habe ich alter what wie 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 macht es das gibt es nicht auch da geht er unter mit mann und maus sagt er hat ein rückrad wie ein gummi bärchen ach man ich wollte jetzt noch mal mit einem rad dass er dann abwarte mal ich habe glaube ich das timing falsch beschissen dieser regen wollen das ist ja ja oh oh Oh! Yes, baby! Alter! Diese beschissene Schräge da, ne? Okay, das ist doch voll für ein Arzt. Oh! Okay, dann mache ich was so. Warum nicht gleich so Virus? Haha, das gibt's doch nicht. Oh Gott, schießt die Bombe. Oh, 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 oh. Okay, machen wir weiter. Halalalalalala Strecke. Äh, ja, ähm. Okay. Ich kann also nicht nach vorne, nicht nach hinten. Machen wir jetzt mal die nächste Mal gucken, was dabei rumkommt. Jawohl. Ich bin grad nicht so gesprich, weil ich mich eher darauf konzentriere, die Kacke zu schaffen. Jetzt werdet ihr aber hoffentlich verstehen. Ach du Scheiße, den Mist, den kenne ich doch. Na? Oh, das war knapp. Oh, das war für'n Arsch. Hat er sich's Gedick gebrochen. Der blöde Bauer. Alter. Was ist das denn für'n Holzkopf, Alter? Na, jetzt aber. Oh. Alter, ganz knapp. Ganz knapp. Geile Effekte, Alter. Finde ich richtig gut. Oh, Moment. Ich will mal ein bisschen mehr, äh, mehr Einschwung holen hier. Ja. So ein bisschen die andere Mikrofon. Ich geh mal weiter weg. Oh, und. Oh. Nein, da hat's doch nicht gereicht. Das, nein, nein. Ah. So, und jetzt nach hinten. Wenn dann richtig, du beschissene Drecksau. Ich hab' sonst keine Chance, da hochzukommen, wenn ich nicht von Anfang an bin. Jawohl. So. Was haben wir da drinnen? Neuer persönlicher Rekordziel weiter. Ja, okay. Was passiert da jetzt? Äh. Okay. So, das machen wir weiter. Mal gucken, wann der jetzt kommt. Aktuelle Position 2. 3. 3. 4. 6. 21. 28. Fehler. Zeit. 6 Stunden. 21. Hö. So lange saß ich da jetzt zwar nicht, aber okay. Mittel, 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 extrem. Ja, äh, wir könnten jetzt eigentlich so weitermachen, aber das, äh, ich denke mal, das lasse ich jetzt einfach mal sein. Ja, mit Karriere, das ist halt, ich geb's auf, ich möchte auch nicht weitermachen. Das ist mir, äh, nee, das geht auf meinen Nerven. Und, ähm, das ist, die, die, die Schneiderei ist es nicht wert, solange wie man da dran sitzt, äh, das guckt man sich immer noch nicht mehr an, weil sich das einfach nur in die Länge zieht. Deswegen ist an dieser Stelle für dieses Let's Play einfach Schluss, ja, ne, soweit gespielt, wie ich das persönlich jetzt konnte. Und wo ich denke, okay, man sollte ja irgendwo aufhören. Sagt mir nicht sauer, Leute. Aber, wenn's nicht geht, geht's halt nicht mehr. Und, ja, irgendwann, äh, zum Haare ausreißen noch zum Rumfluchen. Ich weiß ganz am Anfang, wo der Nerf hier gesessen hat. Ich glaub, der war etwas weiter gewesen und hat sich dann da eine halbe Stunde mit so einer dummen Strecke da abgewichst. Und er wurde immer aggressiver. Ich hab ein Bier da hingestellt, da hab ich gesagt, alter, pack weg, trink erstmal einen Schluck, spiel was anderes, weil, äh, sonst fliegt hier gleich was und ich hab Angst. Und hat irgendwas, äh, meine Birne trifft dann oder so. Er hat dann natürlich dann aufgehört und dann, äh, aber das Spiel bringt einen schon auf, äh, auf Galle. So ist es nicht, bei gewissen Strecken, da kriegst du echt was am Moped. Ja, und, äh, ja, Dörfi, Emma, recht herzlichen Dank für deinen Support. Support ist kein Wort, weißt du ja. Schade, aber vielleicht meldest du dich ja mal wieder, vielleicht kann man ja nochmal wieder irgendwie mal so einen Neuanfang starten oder sowas. Ansonsten, ja, schade. Ähm, auf jeden Fall danke dir für das Spiel. Es war doch mit meinen Höhlen und Tiefen hier drin. Ja, ne, ich hoffe, ihr habt es genossen, er hat es genossen, äh, hat es doch irgendwie was für sich. Also, ne, man kann es auch zu zweit spielen im Mehrspielermodus. Da würde ich mich immer noch freuen, wenn der eine oder andere hat, dass dann einfach mal so, sagt man, streamt das halt mal oder so. Kommt einfach mal auf mich zu, fragt mich einfach mal und ansonsten würde ich sagen, ja, ich guck, dass ich das jetzt irgendwie zwei gute Folgen draus krieg, damit das hier, ähm, ja, nicht zu lang wird. Also, Leute, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dieses kleine Tri-Fusion-Abenteuer genossen habt. Hoffe ich doch mal. Virus im Wage-Moros, aber trotzdem interessante Strecken dabei. Also, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch mal. Ansonsten macht's das. Ich bin raus, das war euer Virus. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Also, macht's gut und ciao mit V. Ciao. 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 Ciao.